mal ganz kurz weil ich gebeten wurde übers internet schnell ein paar ableitungstechniken darzustellen ableiten funktioniert eigentlich ja über den differenzialquotienten und man kann da komplizierte formeln schreiben aber ich mache es mal einfacher wir nehmen mal die pure technik und die regeln dazu nehmen wir mal an f von x sei x quadrat fangen wir ganz einfach an und ich möchte die erste ableitung davon haben also ist die erste ableitung f' von x auf andere schreibweisen gehe ich jetzt vorläufig nicht ein wird so gebildet dass ich sage den das mache ich bunt den exponenten den alten exponenten sage ich ganz bewusst den schreibe ich hier davor und moment ich muss wieder die frau wechseln jetzt stünde ja hier oben der alte exponent und der wird um 1 vermindert also minus 1 das sieht dann so aus das ergibt 2x hoch 1 das kann ich mir sparen ich habe die zwei um 1 vermindert also stünde hier theoretisch noch die alte 1 die kann ich mir aber sparen das ist nicht das problem leiten wir jetzt das noch mal ab also das heißt dann die zweite ableitung f2 strich von x hieße dann ich mache es wieder ausführlich es stand da 2x so und hier stand eine hoch 1 die man sich ja normalerweise schenkt dann sage ich gut die ableitung davon das ist also die nächsthöhere ableitung ergibt sich wieder genauso wie eben ich nehme den alten exponenten hier diese 1 und vermindere die und schreibt sie davor also sieht es dann so aus ist gleich die alte 2 von hier die bleibt stehen und die alte 1 die kommt jetzt praktisch mit dazu so das ganze mal x hoch und hier steht jetzt 1 minus 1 aber 1 minus 1 das ergibt dann 0 und demzufolge steht hier ich mache noch einen zwischenschritt 2 x 1 ist 2 das fasse ich zusammen mal x hoch 0 etwas hoch 0 ganz egal etwas hoch 0 ergibt dann immer 1 also steht hier eigentlich x hoch 0 und dieses x hoch 0 ergibt 1 also ist es letzten endes nur noch 2 wenn ich diese 2 ableite ich mache das mal hier auf der seite nehmen wir mal an eine funktion heißt nur f von x sei 2 dann steht hier eigentlich still dahinter zwei mal x hoch 0 und die x hoch 0 ergibt ja 1 das ergibt 1 so und wenn ich das jetzt ganz ausführlich mache dann ergäbe diese ableitung dieser funktion ist dann also 2 das ist die hier die schreibe ich mit ab mal und jetzt kommt mein in anführungsstrichen alter exponent dazu mal 0 andere farbe wieder mal x hoch 0 minus 1 ist minus 1 aber das stört nicht letzten endes denn 2 mal 0 ist 0 das ist also 2 mal 0 ist 0 da kann hier dahinter stehen was will 0 so das heißt also die dritte ableitung dieser funktion dieser hier oben dieser die dritte ableitung ist dann 0 die 0 die naja die kann ich ja noch mal ableiten aber das bringt dann nichts weil der faktor 0 mir vorne alles wieder zu 0 macht an einem anderen beispiel sei das noch mal erklärt ich werde jetzt verhältnismäßig wenig farbe einsetzen f von x sei x hoch 3 ja einfach x hoch 3 dann ergibt die erste ableitung f-strich von x die 3 kommt nach vorne 3 mal x hoch 3 minus 1 ist 2 3 mal x quadrat so das jetzt in zweiter ableitung geschrieben und jetzt kommt davor aus oder sagen die grenzwert berechnung bedeutet ja letzten die ableitung bedeutet ja letzten endes eine art grenzwert berechnung es sei daran erinnert also wir möchten den anstieg an einer irgendwie an einer kurbe haben und wir nähern uns ja hier von hier also ganz knapp diesen 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 abschnitt machen wir ganz klein und immer kleiner und immer kleiner sage kommt das mit dem differenzial quotienten gehe ich jetzt aber nicht darauf ein lässt sich im internet sehr gut nachgucken so und den grenz die grenzwerte die kann man ja auch so berechnen dass man sagt ich kann diese diese faktoren jetzt wie diese drei zum beispiel die kann ich bei den grenzwerten einfach mit dazu zählen bzw mit davor nehmen das heißt also die drei bleibt hier stehen und die zweite alt der in anführungsstrichen alte exponent der jetzt ja eigentlich neu 2 heißt der wird mit dazu genommen also 3 mal 2 mal x hoch und die 2 wird um 1 vermindert x hoch 1 also ausführlich war das das heißt also 6x und wenn ich jetzt die dritte ableitung davon bilden will machen wir das noch schnell dann heißt das die alte 1 rutscht mit zu den 3 mal 2 also das wäre die 6 und hier raus wird x hoch 0 also 1 also ist das nur noch 6 und die vierte ableitung schreibt man dann am besten in diesem fall oben in römischen ziffern 1 und 5 dahinter das ist dann eine 4 römische ist dann wieder null und so geht das die ganze zeit weiter wieder zu grenzwert setzen die summe der grenzwerte die wird auch dementsprechend einfach so zusammengezählt und dementsprechend ist das auch bei den ableitungs regeln so das heißt also beispiel f von x x quadrat plus 3x dann kann ich hier diese dinge einzeln ableiten also x quadrat kann ich einzeln ableiten und 3x kann ich einzeln ableiten und kann es als summe dahinter schreiben also f' von x wäre demzufolge 2x plus 3 man darf sie nicht zusammenfassen x quadrat und 3x darf ich auch nicht zusammenfassen weil die exponenten nicht stimmen gleiche exponenten das auto nicht hin jetzt leite ich das noch mal ab 2 strich von x wäre demzufolge hier ergibt sich bloß noch eine 2 und da hinten raus wird 0 und die dritte ableitung die wäre dementsprechend na so sieht besser aus 0 und so weiter und so fort so was wichtig ist bei der ganzen sache man kann manchmal scheinbar gar nicht richtig ableiten wenn folgender ausdruck dasteht nehmen wir mal an die funktion die gegeben war hieß f von x sei 1 durch x was machen wir dann dann sollten wir diese funktion umschreiben in f von x ist gleich x hoch minus 1 und die kann man dann wieder ableiten wenn ich diese jetzt wieder ableite dann heißt das meine minus 1 rutscht nach vorne so die habe ich da minus deswegen dieses minus und x hoch minus 1 wird da da wird der exponent um 12 minuten also x hoch minus 2 minus x hoch minus 2 wenn ich das dann jetzt wenn ich das dann jetzt nochmals ableite ergibt sich jetzt minus 2 mal minus 1 ist plus 2 ich schreibe es mal extra plus 2 hin damit jeder das plus sieht nun minus bei minus der alte faktor der alte exponent minus 2 rutscht als faktor mit nach vorne dort steht eine stille minus 1 das minus heißt minus 1 und das wert dann x hoch minus 3 also um ein ganzes immer vermindern den exponenten und so weiter und so fort ich mache das könnte ich jetzt bis zum na gut noch die dritte schnell ergibt dann in diesem fall minus 3 mal plus 2 ist minus 6 x hoch minus 4 und das geht immer so weiter das kann ich auch mit summen dahinter machen und so weiter und so fort ich nehme mal ein bisschen krummen exponenten f von x sei meinetwegen ich habe ja 1 durch x hoch 1,4 dann bietet sich wieder an weil er das x unter dem bruchstrich steht dass ich das so schreibe als f von x ist dann x hoch minus 1,4 und das kann ich dann wieder ableiten f strich von x ergibt sich also als minus 1,4 der faktor rutscht nach vorne mal x hoch minus 2,4 minus 1,4 minus ein weiteres 1 ist minus 2,4 deswegen und so weiter und so fort noch eine kleinigkeit damit man damit besser zurechtkommt wenn zum beispiel gegeben sei f von x ist gleich wurzel aus x dann bietet sich hier wieder die umschreibung an das schreibe ich also um als f von x hoch 1,5 jetzt kann ich wieder loslegen jetzt kann ich wieder sagen dann ist f strich von x gleich 1,5 rutscht nach vorne 1,5 x hoch und jetzt minus 1,5 oder 1,5 oder minus 3,5 ich schreibe es mal so ach jetzt werde ich unterbrochen vom telefon moment so weiter geht es also man man kann es so ausdrücken als 1,5 der alte faktor 1,5 der exponent kommt als faktor davor und 1,5 muss ich noch um weiteres 1 vermindern das heißt also minus 3,5 ich empfehle es immer mit brüchen zu machen das geht dann besser so dass man schreibt als 1,5 x hoch minus 3,5 minus 3,5 lässt sich leicht oder meistens kann man mit brüchen besser umgehen sagen wir es mal so wer das nicht gewohnt ist okay der macht das so aber immer aufpassen minus mal minus ist plus und so weiter und so fort also wenn ich dann jetzt hier weiter mache dann er gebe also f 2 strich von x jetzt kommt 1,5 mal minus 3,5 ist minus immer zuerst das vorzeichen schreiben 3 2 mal 2 ist 4 viertel x hoch achtung minus 2,5 abgezogen ein ganzes abgezogen 5 halbe und so geht das weiter ich muss jetzt mal schluss machen an der stelle ich kann nur empfehlen sich selber alle möglichen sagen wir mal funktionen schnell mal hinzuschreiben um da eine übung zu machen also eine übung könnte so aussehen dass man einfach sagt ich leite mal ab von x und dann gucke ich in irgendwelche alten unterlagen oder in irgendwelche unterrichtsmitschriften und kann hinterher vergleichen nehmen wir mal an ich habe folgende funktion 3 7 x hoch 4 plus 0,5 x quadrat plus 2000 was was weiß ich so dann heißt also die hier die erste ableitung strich von x und dann macht man das wer das gleich hier üben will der macht jetzt mal schnell pause taste drückt pause und sagt so jetzt probiere ich das mal aus und wenn das geschrieben hat drückte auf weiter ich mache das jetzt in der zeit könnte man pause machen also jetzt die 4 rutscht nach vorne 4 mal 3 ist 12 siebentel x hoch 3 plus 0,5 mal 2 ist 1 also x hoch 2 minus 1 ist 1 und hinten die 2000 bleibt weg und so weiter und so fort viel viel freude beim üben